Crispy Tofu Tofu ist eines der ältesten Nahrungsmittel auf der Welt. Er wurde vor fast 2000 Jahren von einem chinesischen Koch entdeckt. Tofu passt vielen wegen der Konsistenz nicht. Mir geht es ähnlich. Darum bereite ich meinen Crispy zubereiten. Für meine Marinade brauche ich viel Öl. Das verbindet sich gut mit dem Tofu und gilt als Geschmacksträger. Ausserdem brauche ich noch Tamarinpaste, Öpfelässig, einen Schuss Wasser und fein gehackten Knobli. Die Länge der Tofu in der Marinade ist, umso intensiver wird der Geschmack. Damit mein Tofu crispy wird, paniere ich ihn. Ich gebe Nährhefen, Weizenkeime und Mehl in eine Schüssel. Für die Würze brauche ich Salz, Pfeffer und Paprika und vermische alles gut. Und jetzt gibt es einen Deftiger ab. Wenn der Tofu gepaniert ist, braucht es ein wenig Ruhe. Und ich gebe mir eine Abkühlung. Bei der Grillpfanne spare ich nicht mit Öl. Tofu braucht im Fall nicht lange. Nur etwa 3 Minuten. Teufel ist für Freude. Und es ist ein wenig Rude Nachmittag. Bei dem Teufel ist realer reinforcement. Wir haben einen sehr wenig regionales Fleisch. Wir kommen mit dem Teufel und die Mehl. Wir kommen mit dem Teufel und der Flaschen, mit dem Teufel und dem Teufel. Untertitelung des ZDF, 2020